So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokemon Go. Hannes ist auch am Start. Das habe ich in der Zeit aufgenommen, als Hannes noch da war, mal als Lückenfüller-Video, wenn wir mal im Urlaub sind oder irgendwas, keine Ahnung. Also ich spiele Hannes, natürlich. Wir gehen immer zusammen in Urlaub. Erstmal möchte ich kurz meinen Showcase abholen. Da ist, was war gestern im Showcase? Mirapla. Das war noch während des glänzenden Garden Events. Da war Mirapla Showcase. Ab 10 Uhr würde dann die Mutzel Showcase wahrscheinlich anstehen. Ich glaube, ich habe es wieder mal geschafft, dreimal auf Platz 1 zu sein. Möchte ich mal hier draufdrücken, mir die Belohnungen abholen. Vor allem hätte ich erst draufgedrückt, weil dann sehe ich ja, dass es Mirapla ist. Und vor allem sehe ich, dass ich auch dreimal die 1 habe. Drücken wir mal hier drauf, Belohnungen abholen. Wir haben 3.000 Sternenstaub, 3 Lokmodule, 3 Superbälle, eine Lade-TM, 3 Hyperbälle, eine Ei-Brutmaschine, ein Sternenstück, eine Sofort-TM und 9.000 Erfahrungspunkte. Wer sagt da denn noch, dass Showcases langweilig sind und sich nicht lohnen? Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Hier im Feldforschungsdurchbruch ist noch ein Viscora drin, der auch die Frage gibt. Gab es da vielleicht sogar einen Fanrate-Pass? Habt ihr in letzter Zeit einen Fanrate-Pass bekommen aus dem Feldforschungsdurchbruch? Könnt ihr ja mal nachgucken. Müsste ich jetzt hier ins Tagebuch schauen, wa? Boah, wo finde ich jetzt wieder das Tagebuch? Bin ich jetzt bescheuert, oder was? Wahrscheinlich bescheuert. Das ist du, das bin ich. Hier ist das Tagebuch und was haben wir bekommen? Nichts. Gut. War ja leider schon vorher, hab's nur noch nicht abgeholt, ne? Müssen wir erstmal so sehen, wie's ist. Jetzt kommen wir aber zum Titel, was ich eigentlich machen wollte. Ihr seht schon, ein Lucario im Hintergrund. Ich find's so genial, ich find's so stark. Ich hab die ganze Zeit immer gesagt, wenn Lucario, Mega-Lucario in die Rates kommt, dann möchte ich bitte so viele Mega-Rates mit Mega-Lucario machen, bis ich dann ein Hunderter habe. Und jetzt ist es passiert, ich habe ein Hunderter Lucario auf Level 1, was ich hochziehen möchte auf 50 in diesem Video. Und ich habe auch ein Riolu, 100%. Level 40 Grad, dass das nämlich dann mehr XL finden würde beim Laufen, aber das hat sich jetzt nun eigentlich erledigt. Ich möchte mal hier rein und möchte direkt mal Riolu eingeben. Hier sind auch die Entwicklungen dann am Start. Ich möchte euch zeigen, was ist meine Riolu-Ausbeute an sich, die ich eigentlich hier gerade habe. Wie viele Riolu musste ich brüden? Wie viele Riolu musste ich tauschen? Wie viele Shinies habe ich? Und manche habe ich aufgehoben von den Getauschten, die glücklich sind, weil das, die waren mit den besten EV, damit ihr mal ungefähr irgendwie eine Übersicht habt. Hier fängt das Ganze mit einem Shiny an, mit zwei Sternen. Ihr habt da auch wieder eins mit zwei Sternen, was aber kein Shiny ist. Das macht schon wieder voll Sinn. Hier ist noch ein Shiny drin, hier ist noch ein Shiny dabei. Dann werden wir natürlich, je höher wir kommen, immer besser. Ihr seht das, wir sind noch bei zwei, wir müssten gleich in den Drei-Sterne-Bereich überkommen. 5, 6, 7 war glaube ich der 100% WP-Wert. Das fand ich richtig cool und ich möchte einfach Riolu wirklich ein komplettes Video widmen. Zwischendurch waren schon drei Sterne da, jetzt sind es wieder zwei. Das liegt natürlich an der unterschiedlichen Verteilung der Werte. Jetzt müssten wir fast im nur noch Dreier-Bereich dann liegen. Hier schönes Treppenformat, sieht auch gut aus. Ein Shiny mit drei Sternen ist auch dabei. Dann hier auch noch ein Shiny mit drei Sternen, wird immer besser. Hier auch, hier auch, hier auch. Ihr seht, gleich kommen lauter Gute, die auch aus einem Tausch sind, wo ich dann immer keinen Bock hatte. Die zu maxen, denn selbst wenn du ein 98er maxst, du kriegst irgendwann ein 100er und bereust dann, dass du keine Bonbons mehr hast. Deswegen habe ich versucht halt immer zu warten. Shiny mit 14, 14, 14. Wenn man nicht genau hinguckt, könnte man denken, oh guck mal ein 100er, alle Werte sind gleich, alles ist fett, alles ist groß. Hier aus dem Tausch auch ein 98er Riolu erhalten. Hier noch eins, 98er Riolu, glaube ich nicht aus dem Tausch, sondern normal, könnte auch getauscht sein. Wird ja nicht immer lucky beim Tauschen, kann aber gute EV bekommen. Hier auch ein 98er, diesmal auch mit 15 Angriff, was eben gefehlt hat. Noch ein 98er mit 15 Angriff. Noch ein 98er mit 15 Angriff. Ein 98er Shiny mit 15 Angriff. Und hier ein 100%iges, was ich letztens in der Tausch-Session mit den kleinen Accounts bekommen habe. Und so cool fand, dass ich dann mit Hannes eine Tausch-Session gemacht habe, in der Hoffnung, dass vielleicht noch eins rauskommt. Und jetzt habe ich ja die Familie voll. Dieses Riolu jetzt in dem Moment möchte ich, ist da schon eine zweite Attacke drauf? Ja. Das möchte ich jetzt kurz erstmal Power-Up-en. Oh, das nächste Power-Up würde es genau auf 1000 WP bringen. Ich möchte es jetzt aber hochziehen auf komplett Level 50. 1123. Dem gibt man jetzt auch noch einen Tag für Level 50, weil das ist so ein cooles, besonderes Pokémon. Wir können es hier nochmal bewerten, dass ihr das seht. 100% Riolu auf Level 50. Insgesamt, wenn wir mal auf Riolu schauen, steht hier jetzt 304 gesehen, 303 gefangen. 115 Glücks. Ich habe 115 Riolu getauscht. Garantiert Lucky. Und dann irgendwann kam eins aus einem Nicht-Glückstausch und ist 100% gewonnen. 300 insgesamt, also so gebrütet. Jetzt gehen wir hier raus, machen das Gleiche nochmal mit Lucario. Wenn wir hier so drauf drücken. So. Dann haben wir hier oben ein paar Lucario. Hier müssen wir es, glaube ich, nämlich genau umgekehrt machen. Wir müssen hier oben anfangen mit Lucario. Da habe ich einen. Da steht RRR, weil ich den immer für Rocket Rüpel genommen habe oder für Rocket Bosse. Der ist auch Best Buddy. Der hat einen Sticker auf dem Knie, auf dem Bein, auf dem Oberschenkel. Ist Level 40. Hat jetzt schon 2694. Den habe ich immer so genommen. Dann haben wir hier ein 98er Shiny Glücks. Ihr seht, ich habe nun andere 98er Shiny, so ohne Glücks. Die meiner Meinung nach wieder viel besser aussehen als das. Junge. Hannes, lass die Katzen in Ruhe. Damit ihr denkt, dass das der Hannes war, muss ich das euch glaubwürdig verkaufen. Das war der Triple H. Dann kommen hier ein paar andere. Das sind jetzt Wilde dabei. Hier ist auch noch ein 98er drin. Blättern wir mal durch. Da ist alles möglich an. IV dabei. Das ist auch sogar ein XXL. Guckt euch mal den Größenunterschied an. Das ist so. Das ist so. Das stößt oben schon an. Hier haben wir noch ein paar. Auch Shinies. So, wir fangen 1488. Irgendwo war doch, glaube ich, eins dabei. Was ich mit 1,5 immer versucht habe, in der GBL zu zocken. Was der Gabriel mir damals gegeben hat. Oder es ist schon weg. Vielleicht habe ich es aus Versehen mal hochgepusht. Oder habe es aus Versehen verschickt. Und hier habt ihr jetzt ein Level 1er Lucario mit 38 WP. Das ist so brutal in 100%. Wir gucken hier mal drauf, was da steht. 342 gesehen. 300 gefangen. 6 in Glücks. Und dieses möchte ich jetzt hochziehen. Von Level 1 auf Level 50. Ich musste meinen Riolo nicht entwickeln. Ich kann dieses Lucario einfach komplett hochziehen. Auf 3056 hat jetzt Kondas Spukball. Dem gebe ich auch noch direkt eine neue Attacke. Sollte man eigentlich immer machen, wenn es noch Riolo ist. Und dem Riolo eine neue Attacke beibringen. Ist günstiger. Als dann dem Lucario eine neue Attacke beibringen. Auch so ein Tipps. Immer vor der Entwicklung die neue Attacke hinzufügen. Bei Baby Pokémon. Weil das günstiger ist. Das machen jetzt auch die Level 50 Tech dran. Machen den 100% Tech dran auch noch. Habe ich nämlich vergessen. Und jetzt habt ihr Level 50 100% GoFest. Mit 3056 WP. Genau 100 XL sind noch übrig. Das ist der Abschiedsbildschirm. Ich hoffe, dass irgendwann bald demnächst Mega Lucario kommen. Wir die Mega-Entwicklung durchführen können. Ich bin jetzt vorbereitet. Da möchte ich dann wieder ein männliches, ein weibliches und ein Shiny entwickeln. Jetzt kann man ja mal gucken. Das ist ein männliches. Was sieht hier oben sonst noch aus? Männlich. 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 Oh, das ist schlecht. Männlich. 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 Hier ist ein weibliches. Aber wir brauchen eigentlich ein weibliches Shiny. Haben wir keine weiblichen Shiny. Hier ist ein weibliches Shiny. Es würde also funktionieren, ein männliches Hunderter und ein weibliches Shiny mega zu entwickeln, dass wir einfach beides haben. So. Ansonsten war es das jetzt schon von weiterer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin. Euer Ramses. Habt ihr auch schon ein 100% Riolu? Habt ihr ein 100% Lucario? Habt ihr Bock? Braucht ihr dieses Pokémon? Wollt ihr da mal ein Seeday haben? Die meisten würden wieder abkotzen. Mir wäre es egal. Ich nehme davon gerne noch ein paar mit. Ich finde dieses Pokémon einfach richtig cool. Und würde sagen, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out for Haut. Euer Ramses.